ARD Text im Auftrag von Funk Morgen! Ok Wurzeln 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 So, jetzt sind wir auf dem Weg zu der Garage, wo meine Shopper steht. Ich bin echt gespannt. Trockenes Wetter ist wichtig, sind die Blätter mir auch egal, dafür muss ich nass sein. Dump, 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 dump. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und... Es ist ein Prank! Es ist ein Prank! Da hat man ein Motorrad fast schon auf der Autobahn und überall Bausteine bis 60. Naja, macht sie nix. Das ist ein Prank! Nichts für die Schrauben! Und... Mahlzeit! Oh mein, lecker! Schön scharf! Wo willst du hin? Warum stehst du nicht da vorne, wenn du eine Ampel willst? Du musst immer warten, bis du da vorrollst, ne? Das ist ein Witz! Wenn du da rumfahren willst, dann fahr bis vorne hin! Ich bleib mich da hinten stehen, wo ich noch warten muss! Ich bleib mich da hinten stehen, wo ich noch warten muss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!